Heute kleines Beak-Turnier. Drei Teams. Team 1, Kaffee und Finn. Team 2, Marcy und Martha. Und Team 3, Dane und Jan. Unser Team heißt Team Awesome. Da geht's einfach mal so, weil wir einfach geil sind. Jeder spielt gegen jeden. Jedes Team darf auch eine Map aussuchen. Und am Ende, wer die meisten Fracks hat, also das Team hat halt gewonnen. Das Ganze wird natürlich montiert. Jedes Team spielt jedes Mal gegen... und 15 Minuten geht eine Runde. Ihr dürft auch so. Team Awesome darf mal anfangen auszurufen. Dann könnt ihr einen Geheimvorteil machen. Genau. So Isolation, der hört mir aus. Letzte Zuschau. Ne, außer Sandfalle. Die letzte Sandfalle, das war total nett. Binge waren alle. Die Fähne auch gut. Die kenne ich noch nicht. Die ist zu groß. Die ist zu groß. Ja, scheiße. Weil der wird jetzt schon mal heulen. Ach. Ich mach mich kaputt. Oh Mann, oh Mann. Brauch ich gar nicht... Wir brauchen gar nichts zu sagen. Ne. So. Ich bin heute links. Ich bin unten rechts. Fins unten rechts. Hier oben rechts. Hier oben rechts. Hier oben rechts. Ja. Ist... Haben wir dann hier Friendly Fire an? Ja. 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 Ich krieg sie auch von allen Seiten, weißt du. Ja. 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 Ach. Die werden sogar erweißen, hey, die ist travelniger aus такого aus. Echt? Ist ja klasse... Wir hätten sogar auch Teckchen, die hätte sonst, die Bertha damit fahren können. Oh, Teckident. Wo trägt er? Wo ist er? Das ist ein Sieg. Das ist ein Sieg. Das ist ein Sieg. Massage, oder? Das ist ein Sieg. Lass das Ding aber liegen. Das ist Scheiße. Ja, das war ein Zwei-Tung-Geran. Ich bin der Zwei-Tung-Geran. Ich bin der Zwei-Tung-Geran. Da ist der Zwei-Tung. Der Zwei-Tung. Ich bin der Zwei-Tung-Geran. Der Zwei-Tung-Geran. Der Zwei-Tung-Geran. Der Zwei-Tung-Geran. Der Zwei-Tung-Geran. Das ist ein Sieg. Ja, das ist doch nicht dein Ernst, ne? Ja, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, das ist hart, oder? Das ist ein Lachen. Das ist einfach nicht unsere Welt. Ja, das ist ein Wald, oder? Ich hab den Planeten gemacht. Sollen wir ihn müssen? Ne, ne, nur mal. Ich bin eher der Standardwaffe, ja. One, T-Hack. Du kannst den Planeten machen. Ja, könnt ihr jetzt mitmachen, ja. Ah, das war's. Du musst ja was machen. Oh, jetzt kommt... Jetzt wird's wichtig. Also zwei. Bei uns könntest du schon wieder austicken, weil der tut die Panzer an. Kevin, weißt du... Du musst jetzt auch sehen. Das war jetzt so dumm. Die Fahrtkrosch. Digga, das kann nicht... Das kann ich nicht spielen. Wo? Du kannst ihn neu. Ähm... Nee. Die sind vectorisch nicht, oder? Komm, komm. Komm, komm. Die sindils dann. Engelsteing, komm. Engelsteing, komm. Ich kann alle von dir. Er muss doch... Nein, 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 nein. Und fahren wie mit einem Fahrzeug hier, das ist ein Scheiß, ein Fahrzeug ist das. Pass auf, Master, das ist eine Frau mit dem. Oh, die liebe, das ist natürlich sehr wichtig. Ja, der ist auch noch pekär, der wird das denn direkt auseinandergegangen. Hat jemand einen Taschenbuch für euch? Echt, sonst... Ja, ich bin mir leid. Komm weg! Schieß, schieß doch! Gib ihn, gib ihn doch mal da! Oh, ich hab keine Ahnung! Ja, ich hab dich auch angeschissen. Ja, das passiert jetzt heute, das passiert. So, da ist direkt ein Wetter. Wasser spüren. Was ist denn das? Oh, was ist denn du? Oh, was ist denn du? Was ist denn das? Ja, der ist schon im nächsten Fahrzeug. Das bin ich. Fahrzeuge, die ich bin. Okay. Oh, es reicht nicht, es reicht nicht. Hey Phil, was musst du jetzt? Hey, was war du aus? Hier, hier. Wieso denn Kekka? Oh, diese scheiß Ding. Ja, ich kann nicht so machen. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn du auch? Ja, da ist es. Ja, da ist es. Ja, da ist es. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. 18. Das gibt es da nicht. Wollen wir denn mal auf? Die war es nie wirklich weg. Ich hab gerade vier Kills geschehen. Ey, Digga, ich hab ein Maß genutzt. Das ist ein Cheats. Hier führen wir. Ich wollte gerne hier raus zu weit haben, wie sie tun. Ich seh' den hinten da hinten auch. Ich hab den Sniper doch genommen, ich hätte ihn sonst auch bekommen. Was warst du gerade zu retten? Du warst nicht bei mich? Ich ging es nicht mit mir. Ja, ich hab mich hier fehlst, ich bin bis zum Sport. Ich bin zugemacht. 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 Ich bin zugemacht.